Musik Grüß Gott, ich bin Thomas Gärtler, kirchlicher Assistent für die GCL seit 2009 und bin die Hälfte meiner Zeit ungefähr in Augsburg und die übrige Zeit reise ich durch ganz Deutschland und bin in den Gremien der GCL mit tätig, übernehme hier die Gottesdienste für das Sekretariat, aber auch für die GCL in Augsburg. Und hier an diesem Tisch finden viele Begleitgeschwindelige statt. Musik Ja, Daniela Frank, ich bin jetzt seit September hier in Augsburg als Nationalreferentin der GCL, bin halt viel unterwegs, wenn ich die Zusammen- und Regionalgemeinschaften besuche oder das nationale Promotionsteam vorstand, dann ist das eher so der Ort, wo ich halt Sachen vor und nachbereite. Und deswegen ist es mir einfach ganz wichtig, dass ich hier gut eingebunden bin in dem Team und es ist einfach fündig, hier miteinander zu arbeiten. Musik Ich bin die Schwester Benedikta, ich bin verantwortlich als Priorin von St. Ursula, von den Dominikanerinnen und vor drei Jahren ist die Bitte von der GCL an uns herangetragen worden, ob man nicht die Räumlichkeiten des ersten Stocks vermieten könnten. Und wir sind sehr dankbar, dass wir diese Entscheidung so gefällt haben. Musik Hallo, mein Name ist Brigitte Walz. Meine Aufgaben sind Buchhaltung und Abrechnung aller Kurse. Bei einer Fahrtkostenerstattung bitte ich Sie zeitnah, Sie an mich zu senden. Bei einer Spente bekommen Sie am Jahresende eine Spendbescheinigung. Musik Hallo, ich bin die Karin Rill. Ich bin zuständig für die Kursarbeit. Das heißt Programmheft erstellen, Häuser suchen, immer in der Mitte Deutschlands, fünf Minuten vom Bahnhof und unter 50 Euro. Geht leider nicht. Wöchentlich aktualisiere ich die Homepage. Schauen Sie doch mal drauf. Pause Ich bin Maria Boxberg. Mein Part hier ist, die Verbindung zwischen den Arbeitsteams und dem Sekretariat zu unterstützen. Darüber hinaus landen viele Anfragen zur GCL oder zur Exerzitien bei mir zum Beispiel. Wo finde ich eine geistliche Begleitung, in welchem Bereich ist der Kontaktperson für die GCL, wie funktioniert das eigentlich, dass man zum Begegnungsabend der European Assembly angeladen wird, solche Sachen. Ja! Grüß dich, Franz. So, ich fühle dir ein Paket von Ihnen. Danke dir, sehr schön. Sehr schön. Also bitte, ich wünsche Ihnen auch. Bitte. 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 Ich bin Renate Klocker, tätig für den Vorstand und die Arbeitsteams, unter anderem zuständig für die Zentralablage, Bibliothek, Archiv. Eine meiner Hauptaufgaben ist die Erstellung und das Layout von GCL intern. Und dazu habe ich eine ganz große Bitte, den Redaktionsschluss einhalten. Grüß Gott zusammen, Christine Böller, zu meinen Aufgaben gehört, Leitung des Sekretariats, Personalverantwortung, Bereich Verwaltung, Finanzen-Förderervereinigung der GCL, Finanzen-GCLA. Ein besonderer Schatz hier im Sekretariat ist unser genial geordnetes Archiv, das Walter Finke zusammen mit Senta Asam erarbeitet hat. Ein herziger Dank geht an unsere Ehrenamtlichen, Mali Durst, Mali Svondra, Josef Konrad und Gabriele Ulrich für ihre jahrelange Tätigkeit im GCL-Sekretariat. Dadurch entlasten sie uns sehr. Ich gehe Sie jetzt mal verwöhnen. Wir sind ein geniales, cleveres, lebendiges GCL-Team! Ich gehe Sie jetzt mal verwöhnen.